Jetzt weiß ich was wir tun, dass mir das nicht gleich eingefallen ist. Wir geben ganz einfach in so ein Eikon eine von den Birsch zum Fristen. Reiß es nicht mehr um oder gar einen Haufen, schmeißen wir es weg. Na, wie ist es? Naja, wir schreiben die Wurst, das schmeckt ihm ganz gut. Sein Späten rübern Haufen, als wir, weil ich auch zugeheißen war, und dann springt er mich um, als wir auch auf. Und dann sag ich, der Bruder, weil der Hund bald verschwindet, bin ich halt zum letzten Mal bei dir der Beste. Hast du das gehört? So redet der Bruder mit seiner Schwester ein Scherz. Das muss ich euch schon sagen. Ach, ein bisschen fahrt ich euch kein wieder heim. Die Wäde kommt weg. Ja, und jetzt kommt es weg. Und gerade erst recht nicht. Wenn wir doch sehen, ob ich mir von dir alles gefallen lassen muss. Schweni, vom Vieren geht der Nächste zu. Oh, an diesen amaschieren, he? Ja, wieso und ihr? Das ist schon eine Ahnung. Ja, der zweite ist halt noch in Produktion. Das trinken wir. Prost! Prost! Der zweite ist auch nix gut. Schau, so ein paar Tietergeund. Na gut, fangt sie schon. Da hat der Hund und ein Gesposter. Nein, das bedeutet nix gut. Nein, jetzt ist es aus mit dem. Und jetzt habt ihr die Wurst jetzt mit uns gegessen? Einmal liebst du noch. Dann hast du immer schon eine Anwurst gegessen. Zwei, Gustl, Zwei. Und die Reiche hat ja auch noch schon gelangt. Zwei, August. Du wirst dich verfluchten, du. Vergiftet hast du mich, nicht verheiratet. Drehst du uns. Ob vergiftet oder verheiratet, ist wieder mal Eliskeit. Und der Blitztruppen hat. Und jetzt, jetzt marschieren wir noch mit zusammen in die Ewigkeit. Ist was geschehen? Und die Gartenkugeln sich umeinander, wie du auch schon siehst. Ist mir schlecht. Als ich den Dr. Untrock tat er sich in der Stadt. Da kann man aus dem Wagen zu sagen. Ist mir schlecht. Ich bin der Untrock gewesen. Was? Allein einmal. Ich bitte um meine himmlische Seiligkeit. Gezeiht mir das bitte. Ja, ich verzeih dir. Weil ich dir zu einem Untrock. Unter gewissen Umständen kann künstliche Atem was nutzen. Ach so? Ja, wie tut man denn da? Ja, mir ist es nicht so schwer. Am besten mal geht's ins Freie. Und vor allem der Oberkörper. Der muss locker sein. Ja, als du da was ausgeschlagen hast. Ja, das ist ja so interessant. Ja, wie kommst denn du jetzt an das Seiratendenken, wenn du vielleicht in ein paar Stunden schon nie bist? Gerade drum. Was meinst du, wie begehrt ich bin, wenn sie jetzt die Geschichte über uns spricht? Und wer sagt es denn, dass er dich nicht überstehen wird? Bis heute ist du für möglich. Und denn nicht? Die brauchen wir in der Ewigkeit und vor nichts fürchten. Ja, und dass du den Mann betrogen hast? Der ist halt mir allein gesagt, dass er sich giftet. Ja, jetzt hast du es ihr Ball überstanden. Der Briebauer macht mit ihm so einen Rauschen und der Briebauer künstliche Atem. Das ist tot beinahmt. Ich kenn' wegen dem toten Hund. Ich weiß, ich weiß. Der Hund heißt? Eiko. Ich geboren in Hattie. Vier Jahre alt. Ledig. Unverschuld. Ja, er war ja nicht bei uns. Er hat uns telefoniert, dass sie ihren Hund zusammengeführt hat. Dass er alles zahlt und dass er in der Sache eh schon einen Brief geschrieben hat. Wenn du deinen Brief gleich gelesen hast, dann hast du uns die ganze Aufregung erspart, du Krottel.